Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Team Farming auf der Karte Stappenbach. Und jo, wir sind im ersten Frühsommertag, ja, früh am Morgen halb sechs und jo, wir fangen jetzt zum Arbeiten an. Es ist wieder Donnerstag am Streamtag und ja, die anderen zwei sind wieder am Stream dabei. Und wir werden jetzt heute den ersten Mais in die Erde tun. Nun, wir haben ja sozusagen unsere drei Felder hier da, wo wir was drauf sehen wollen, beziehungsweise wo wir Mais drauf haben wollen. Und ja, ich werde jetzt noch eben mit dem Tiefenlocker auf die 78 fahren. Da hatten wir ja zuletzt Gras runtergemäht und das werden wir einmal über Kopf flügen, dass wir da eben nochmal auch Mais ansehen können. Und ja, ich denke, das wird heute so das Tagesding sein. Wir werden noch vielleicht Gras mähen nochmal eine Runde. Und ja, wir gucken mal, die Silage könnte auch verkauft werden am Hof. Und deswegen, wir werden mal gucken, was wir machen können. Und deswegen, alles ganz entspannt, alles ganz ruhig. Ja, wenn es euch gefallen hat oder wenn euch das ganze Projekt gefällt, lasst gerne ein Like da, schaut gerne bei den anderen rein. Und ja. Channel switched. Jut. Jut, jut. Jut, jut. Eine Runde pflügen. Hm. Habe ich auch noch nie gemacht im frühen Sommer, einfach mal irgendwas umgerissen. Egal, ist auch mal ein Experiment. So. Hattest du jetzt ein Mewerk oder was hattest du für ein Mewerk? Wer ich? Mhm. Äh, ich habe nur das Frontmewerk. Mhm. Weil ich im Endeffekt gleich die Ballenfresse hinten dran hängen will. Oh schon. Und Ballen machen will. Ach nee, das brauche ich doch. Wenn das deine Schlepper packen, dann... Äh, Unimog. Na. Kein Problem. Er hat jetzt 240 PS, das darf man nicht vergessen. Mario, wo fährst du denn hin? Schalsch. Gut. Du hättest in deinem Hof rausfahren können. Ja, ich wollte dir den Zuschauer zeigen, dass ich mich auch ein bisschen an die Verkehrswege halten kann. Hm. Okay. Ich glaube, jeder Bauer würde so hinten aufs Feld fahren, wenn das Feld so nah dran wäre. Das weiß ich nicht. Ich bin doch kein richtiger Bauer. Das weiß ich doch nicht. Ja. Das sage ich dir jetzt einfach mal so. Okay. Gut, dann kann man das Feld nämlich auch nochmal düngen hier hinten. Dann müsste das auch die volle Stufe haben. Oh, aber hier haben wir Unkopf drauf. So, seh an. Das geht weg. Sag an, ne? Musst halt die ganze Maschine ausklappen, denke ich. So war die. Ja, ich muss ja, lass mir, ich will zu einem anderen Linie was vernünftig machen, ne? Bin auch nicht. Ich muss ja erstmal in Position sein. Okay, dann fahren wir in Position. Denken. In richtiger Bauer. Äh, Mais, ja, haben wir schon drin. Ja, wäre gut, wenn da Mais drauf käme. Nicht irgendwelche Sträflingssachen, irgendwelche Zuckeryben oder sonst irgendwelche Geschäfte. In richtiger Bauer. Bibeln, die gar keiner brauchen kann. Naja, es sieht was Orange ist an. Das ist gut. Also Karotten. Nö, muss das Mais. Karotten, die verkaufen wir dir dann, zu Massenware. Ja. Du bist da einen anderen Verkauf von Karotten. Hm. Ja, guck mal, schon. Das Ding war fertig mit der Arbeit. Ist das nicht schön? Auf bald. Schon fertig gemäht? Ne, ich war gerade beim Düngen. Ach so. Dacht schon. Erstmal das Wichtige machen. Boah, ist ja bei euch auch so warm. Hm. Bei uns hat es gerade geregnet. Oh, sehr froh. Dann sind alle Fenster auf. Ja, das habe ich schon. Und der Witz eben war schon wieder blauer Himmel und eben kommt der nächste Regenschauer schon wieder runter. Was war das so Regenschauer? Zwei Minuten. Egal. Ja, jetzt 28 Grad. Sonne, Wolken. Da muss ich den Scheiß noch wieder runterladen. Und warst du im Freibad? Wenn das irgendwo offen hat. Ja. Direkt neben meiner Straße, ne? Hm. Aber ne. Bestimmt nicht. Ach, da steht doch ein Pferd rum. Bis wenn ich ins Becken bin, ist der Becken leer. Ich muss nicht sagen, habt ihr aber noch alles Schwein. Bei uns hat noch gar nichts auf. Wieder im Freibad noch ein Heimbelösen. Und wir haben ja das öffentliche Freibad. Oder das große, weite öffentliche Freibad ja auch noch. Ach, der riesige da. Ja, 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 dieser große Tümpel. Ja, 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 ja. Der auch nach Holland rüber geht und so. Ja, ja. So, so. Wo er alle sechs Stunden sein Gesicht wechselt. Ja. Ja, wo ich mir nicht vorstellen könnte zu wohnen. Geht. Regnet halt auf uns so ein bisschen viel im Winter, aber gut. Macht nichts. Ja. Das schiegt man hier rüber. Aber sonst, ja. Die Leute sind da ein bisschen komisch. 150 Liter pro Quadratmeter fehlen bestimmt noch. Hm. Das fehlt hier auch noch. Ja, dann müssen wir Anlagen bauen und dann muss man mehr rauspumpen. Oh, ja. Was war das? Ist das aber so? Aus. Irgendwo muss es regnen. Nur wo? Vergacki. Hm. Aus. 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 Ja, ich bringe schon wieder hier die ganze VCA-Einstellung. Ich weiß gar nicht, ob ihr gegen das VCA habt. Ich find's toll. Geiße. Jeder Server-Neustart bringt neue alles wieder zurück einstellen. Ja, aber warum ist das denn hier? Hä? Ich hatte das nie. Ich hab's bei mir doch auch. Ja, weil du's vielleicht nutzt, das ganze Zeug, und wir nicht. Und wir müssen eben alles immer wieder zurücksetzen, damit wir so spielen können, als wenn's nicht da wäre. Witzigerweise stellt ja zum Beispiel immer das Getriebe auf IVT, und solange das ist, kann ich nicht lenken. Stelle ich das aus, kann ich wenigstens lenken. Das ist aber wirklich interessant. Ja. Inzwischen weiß ich das ja, dann ist das ja auch so kein Problem mehr. Aber es ist halt sehr merkwürdig einfach. Ja, das ist ja auch noch eine Beta, so wie ich das letztes gelesen hab. Kann ich sagen. Eine Alpha oder eine Beta? Also von beiden. Beta. Ja. Da ist richtig sauber arbeitet die Sehmaschine aber auch nicht. Warum? Weil es so wuckelig ist, dass da teilweise hier etliche Sachen auslässt. Hm. Das ist auf der Karte normal. Da ist die Karte für berühmt. Ja, aber es gibt's ja Sehmaschinen, die packen das ja. Die wir jetzt hier haben, die ist dafür nicht gemacht. Einmal Heu gefüttert. Oh ne, ich hätt' Bock auf Pommes endlich mal wieder. Ich glaub, ich muss mir mal welche machen. Außer Bennett macht das. Für dich? Hm. Wofür räumst du nach? Keine Ahnung, ich hab' gehört, du kannst gut kochen. Ja. Kann ich aber. Tue ich nicht. Schade. Ich dachte, du lädst uns einmal ein. Ne, ich lade nur nette Menschen ein. Also nicht alle hier. Hm. Okay. Danke. Ja. Alle außer dich. Hm. Danke. Ja, bitteschön. Nein. Ihr seid alle sehr sozial hier. Deswegen weiß ich vielleicht auch nicht, was ich hier zu suchen hab. Aha. Willst du etwas sagen, du bist nicht sozial? Nö. Nö. Find' ich nicht. Es wird mal afloat. Oder vielleicht manchmal. Bim 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 bim. Ach, da ist ein Mario am Seen. Hm. Ja, sehr viele Löcher hier haben, weil es tausend zunehmend ist. Und diese Sehmaschinen dafür nicht geeignet ist. Wir sollten vielleicht überlegen, ob wir nicht ein bisschen Geld verdienen. Eine bessere Sehmaschine holen. Irgendwann, wenn Geld da ist? Ja. Was machst du? Ja. Was? Die Flecken hier kommen vom Kalten. Nein, die meine ich nicht. Also ich sehe das. Mhm. Das teilweise Stellen keine Saat bekommen hat. Boah. Ach Gott. Der ist perfekt. Wo war mal? Keine Ahnung. Oh, hier oben am Rand, okay. Ja, nicht nur am Rand. Ich stelle an, da überall alles so ruckelig ist. Ja. Ich glaube aber da kommen auch nicht andere Sehmaschinen, würde ich mir klar. Ja. Und welche? Die 6 Meter Dinger oder was? Für den Staatenbach wird die kleine Sehmaschine richtig klar kommen. Ja. Wollte ich kurz sagen. Deswegen. Keine normale. Nein. Na ja. Eine die die diese Saatkerzen einzeln aufgehangen hat, die würde es vielleicht schaffen. Gibt es sowas überhaupt, das Mott? Glaub nicht, ne? Äh, es gibt nicht so viele Sehmaschinen als Mott, die was Vernünftiges sind. Oder nicht nur Farbe geändert haben. Oder so Naja, Feld ist gleich fertig Das ist ja mit der einen, die wir auch in den Fällerbach haben Welche meinst du? Ja, was ist denn für Mais? Warte mal, ich muss nur ganz kurz was gucken Ja, mach mal den Front-Tank runter Dann wird das besser Der ist unten Nein, vorne der Tank muss runter Die sind doch nicht zusammen verbunden Ja, wähl vorne aus und mach ihn runter Dann wackelt deine Maschine nicht mehr Die hat extra Räder, damit sie unten rollen kann So, und jetzt wirst du richtig gut sehen können Weil du bist ja ständig hoch und runter gewackelt Ja, deswegen sage ich, weil es ja so eben ist, das ist ja klar Und wenn das Ding unten ist, kann er nicht mehr wackeln Ne, den kannst du ja dauerhaft unten lassen Das habe ich auch am Anfang nicht gewusst bei der Maschine Ich habe das irgendwo mal in einem Video gesehen ab Boah, einfach nochmal quer über das Feld damit Oder mit der Hand nachstreuen Auch was mich schwer wundert, dass der Klaas so gut mit dem Tiefenlockerer klarkommt Hätte ich jetzt nicht gedacht So Und, ist das besser so? Ja, die Bühne Zwar, wenn ich dann lenke, so muss ich das Ding hoch machen Aber lieber so, als wenn er jetzt hier ständig unhebend ist Und unsauber gearbeitet ist Ein Rühnchen noch Dann haben wir es Bis dannrin Nächst tienen Ein Rühnchen Rühnchen Wir können fertig mario kann ansehen oder ist das jetzt sogar voll gedüngt weil ich das untergepflügt habe das kann sogar sein gucken musik müssen wir noch nicht mal dünnen mehr sehr schön aber ich würde sagen wir sind fertig mit dieser folge und ja wenn es gefallen hat lasst gerne like da lasst gerne den kommenter und schau gerne bei den anderen rein und ich würde mich freuen wenn wir uns beim nächsten mal wiedersehen und bis dahin